Wie gewinnt man ein Gefecht auf der beschissensten Karte mit dem beschissensten Game-Mode in World of Warships? Bestimmt nicht so. War trotzdem lustig. Hauptsache du wirst in jedem Game erkannt. Und ich hab schon wieder vergessen meine fucking... Ich hab mich jemand daran erinnern, ey. Die scheisse... Die erhört nach 6er aufzupacken. Ja. Aber immer im Gegner-Team. Ich find das nicht gut. Die schiessen dann immer auf mich. Oh Gott. Ja, wir haben eine Essex. Ich bleib bei der Minotau. Gegner haben eine Taiho. So. Wollen fahren wir? Wollen wir so fahren? Ich bleib bei der Minotau. Ich hab keinen Bock von der Taiho rausgestrikt. Ja, ich hab eine Monty. Und jetzt? Ja, hallo. Easy. Meine Monty ist voll auf Anti-Air. Nur mal so in dem Fall. Das wissen wir bei der Minotau nicht. Wenn sie nicht auf Anti-Air ist, dann ist sie auch scheiße. Wie allein der Herdschacke. Gerade am Arsch kleben. Oh, er ist auf A. Das weißt du, Dings. Das machst du unsympathisch. Das weißt du. Wenn die schlecht schiessen, dann treffen sie die Minotau, sobald sie stehen bleiben. Und die schießen sicher schlecht. Ja, wir kennen die Minotaur Protection. Einer steht links, der andere rechts neben mir. Genau. Und schießt. Und durch die Streuung kriegt sie dann Citas. Wir können sie in die Mangel nehmen. Wir verfehlt. Ah, guck mal. Das sind schon die Top-Diger. Ich fühle mich hier leicht unwohl. Die kommen jetzt. Ja, ja. Aber das sind noch Jäger. Ja, ja. Aber jetzt kriegt er die Krise. Jetzt muss er schnell handeln. Erste Staffel ist weg. Wir wollen die Minotau. Wir wollen die Minotau. Was? Warum denn? Guck, es klappt. Alter, er hat alle weggeschwäuft. Nice. Da muss ich jetzt reinfahren. Was geht denn da hinten ab? Da ist ein großer Kurfürst und eine Montana. Die fahren nebeneinander. Da kann man nicht verfehlen. Ich bin im Reload. Die kann man nicht verfehlen. Boah, wie schnell sind denn die? 10.000. Ja, mach hin. Scheiße. Die kann man nicht verfehlen. Wie schnell sind denn die? Ja. Schau mal, die machen ja einen Racer. Ich habe schon getroffen. Keine Angst. Aber trotzdem. Ich habe nicht getroffen. Die werden jetzt langsamer da. Minister Fürst. Was kämpfst du denn da hinter der Insel? Was soll ich sonst machen? Ich weiß nicht. Wie die Mitte fahren und von jeder Seite beschossen werden? Ich folge mal, Ada. Ich versuche euch die rechte Flanke. Oh, und jeden Toru hat es zerrissen. Ja, ich habe hier eine Zita gegeben. Dann hat es den Torb geschluckt. 3F über Bismarck. Lieber kurz werden, ein bisschen. Ah, schade. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Wird ja dein Fürsten wieder. Da ist eine Benson in der Mitte. Die will ich ja auch gerade. Feuer auf das Ziel konzentrieren. 2 Overpens, 5700 Damage. Das ist genau das, was ich sehen will. Das kann sich sehen lassen. Ich spame nicht, ich frage immer nur höflich nach. Du bist der Einzige, der unter Anfangssachen immer höflich nachfragt. Vielleicht haben die anderen noch keine Ahnung, dass es diese tolle Möglichkeit hier in diesem Game gibt. Wahrscheinlich, ja. Oh, die Monty zeigt mega breit. Ja, ich habe Overdreed. Die Monty ist aber ziemlich langsam. Wenn sie es zu... Spencer, nur noch 410. Wo seid ihr jetzt? Wir sind vorne. Nein, ich bin vorne. Nein, Adam ist vorne. Und ich folge ihm. Weißt du, außenrum ist ein bisschen längerer Weg, als dann, nachdem das gelichtet wurde, da reinzufahren. Im Nebel am liebsten. Klar, im Nebel am liebsten. Ja, ja, blöd, ja nicht. Das stimmt. Aber es wird so nicht klappen. Da ist nichts in der Nähe. Ne. Das merke ich auch gerade. Bitte kein Feuer, bitte kein Feuer. Oh, bitte kein Feuer. Wieso findest du das so lustig? Das ist doch geil, wie dein Kapitän schreibt. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung, das gab es früher auch schon. Da. Ich habe vier Tops von denen. Tirpitz gefressen. Naja. Siehst du, die Chapayef, die müsste raus. Also mich persönlich kotzt gerade diese St. Louis dort an. Mich auch. Ich hätte mich viermal, zweimal zum Brennen gebraucht. Ja, die bezündet mich auch die ganze Zeit an. Dreimal brenne ich. Kannst du löschen? Nein. Dann bist du wahrscheinlich tot. Ekelhaft. Warum wird das Puschen bestraft? Weil es hier ein Campspiel ist, wusstest du das nicht? Hallo, Adam. Weiß man doch. Fährt die rückwärts, die St. Louis? Ja, klar fährt die rückwärts. Die ganze Spielstadt. Das ist für ein ekelhaft langweiliges Spiel. Die ist raus. Wollte schon sagen, man zündet mich mit der letzten Salve noch an. Das wäre es gewesen. Da hinten. Boah, jetzt dreh dich schön. Dreh dich für die Salve des Todes. 18.000 hat er mir noch mit seinem letzten Atemzug verpasst. 18.000 Damage. Nicht draufgehen, wir können das gewinnen. Ich brauche Feuerunterstützung, Alter. Geh weg, ich brauche Feuerunterstützung. Die sind Torpedoflieger, die ich brauche Feuerunterstützung. Du brauchst Flak-Unterstützung. Ja, zeig ich doch. Oh, Tashkent smoke mich. Ja, es gibt auch eine Flak-Unterstützungs-Ding. Nur, dass du weißt. Ich kann die Montana nicht mehr zitadelieren, Alter. Was haben die mit dem fucking Patch gemacht? Holy shit, ey. Unglaublich. Wo ist denn der einzige Dede, der noch über ist? Ich habe Angst. Hier. Ja, da wurde er zuletzt gesehen, aber... Der, der war eben gerade noch dort. Ach so. Wo ist der zu fucking Montana? Komm, verrecker, Hindenburg. Ich hatte es gleich. Wieso ist die zu? Da ist die Gearing. Oh ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich habe eine Scheiss-Position. Ich muss irgendwie hier... ...mich neu positionieren. Ah, Gearing-Vertrein. Was soll das? Ich habe doch Premium mitgenommen. Ich habe vergessen, die Heilung Premium zu nehmen. Wichtigste. Ich sehe es gerade nicht. Fertig, Kurfürst Full-Speed. Schön, oder? Ja. Ich sehe es auch nicht. Ich habe eine Kack-Position, wie mir sagt. Ja, der eingedritte Bitch. Wenn ich Glück habe, kann ich die Bismarck nehmen. Okay, sie hat noch 1700. Ach, die Japayev ist da hinten. Ja, die flieht von mir. 5.000 hat sie noch. Die flieht von mir. Jetzt in den Brawl mit dem gegnerischen Kurfürsten. Okay, ich habe hier 14.000 gezogen. Hey, da ist die Montana. Da ist die Montana. Die kassiere ich jetzt. Ah, ich dachte, die ist nicht so schnell. Wow. Ich habe drei Abpraller und zwei Durchschläge auf eine breitseite fahrende scheiß Montana. Ja, du kannst sie nicht mehr zitadelieren. Unmöglich. Ah, jetzt warte. Ich probiere es nochmal. Ich habe doch gelacht. Da ist sie. Die kommen gut. Nein, 10.000 aber doch so. Ich muss mal den CV loben. Der macht gute Arbeit. Und sie? Ah, sie schießt auf mich. Ah, das muss man so anlassen. Ich habe sie zitadeliert. So, jetzt gehört sie dir. Ich schieße auf die Edinburgh statt auf mich. Obwohl ich breitseite neben mir fahre. Schnapp mir jetzt die Chapa-F, die mir auch schon die ganze Zeit hart auf die Eile geht. Ja, die Monty steht schlecht für mich. Ich schieße auf den Flugzeugträger. Ja, die Monty sollte jetzt fahren. Nur lau ein Schaden. Oh, die Minotaur lebt noch. Nice. Ich kann mir AA-Support geben. Sehr schön. Alle sind nur da, um Yasin zu dienen. Er braucht Smoke, Air-Support, Aufklärung. Wenn ich hier in der Mitte von allem bin, dann ist klar, dass ich das brauche. König Yasin. Dankeschön, Dankeschön. Ai, ai, ai. Nice. Tschüss. 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 Tschüss.